Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einmal wieder beim Köstersee. Ich war jetzt schon, das ist jetzt zweimal war ich schon hier, habe beide Male auf Verpackung bekommen, also ohne Fische nach Hause gegangen, aber es ist halt so großer See, da passiert das halt mal, dass man ohne Fische nach Hause geht und beim letzten Mal habe ich ja zwei Stück noch gefangen, zwei schöne Fische und heute will ich mal was anderes machen. Ich will mal gucken, ich habe noch nicht gesehen, ich will mit dem Boot raus. Beim Udo kann man auch ein Boot mieten, kostet fünf Euro extra und dann kann man da, ich glaube drei Bojen hat der, kann man drei Bojen anfahren und ja, ich will nämlich heute einmal versuchen mit der Tremarella-Route vom Boot und mit der Spoon-Route. Als erstes mit der Spoon-Route mal einen Fisch zu kriegen, weil es ist einfach, bei den großen Gewässern da kommt man nicht so weit raus mit der Spoon-Route und von daher will ich mal eine so eine spezielle Stelle testen. Ich habe gesehen, wo ich die letzten Male nichts gefangen habe, da war einmal einer mit dem Boot und die haben echt gefangen und da ist so eine spezielle Stelle. Ja gut, ich will erstmal meine ganzen Sachen rausbringen und versuche alles so wie möglich so gut zu erklären. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut die doch einfach unten in meine Kommentare rein und wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch einfach ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So Leute, ja, ich bin jetzt einmal draußen. Ich bin jetzt, wenn man vom Helter kommt, rechts gleich die erste Boje. Habe ich mir festgemacht, Udo hat hier drei Bojen, da kann man sich festmachen, die Sonne scheint. Ich werde als erstes einmal mit der Spoon-Route probieren und ich werde da den Spoon-Route machen, den Paladin. Den kennt ihr ja mittlerweile von mir und der funktioniert. Ich werde erstmal da mal ein paar Wurfe mitmachen. Ich habe gesehen, halt am Helter, da standen echt viele Fische und ja, aber ich werde erstmal ein paar Wurf machen, gucken was geht und ja, die Kamera lasse ich natürlich so ein bisschen mitlaufen und ich würde erstmal probieren, Fisch zu fangen, weil ich war jetzt zweimal hier, ich habe zweimal keinen Fisch gefangen. Das ist halt an dem großen See, ist es echt relativ schwer. Der See hat so ein bisschen seine Tücken und man muss es aber so, die ersten Stellen, ihr habt gesehen, ich habe schon gefangen. Ich habe früher auch schon hier einige Fische gefangen, also es war halt durch den Sommer sehr bedingt, war das relativ schwierig. Man musste die Fische in einer Tiefe finden oder in einer Weite und von daher bin ich nicht an den Fisch rangekommen und ich mache erstmal ein paar Wurf. Ich hatte mich erstmal so ein bisschen ans Bootsende hingestellt und hatte mal versucht, so ein bisschen mit dem Wind zu werfen und dann Richtung der Bäume, weil ich letztes Mal gesehen hatte, die anderen Angler, die hatten auch in die Richtung geworfen und so ein bisschen nach rechts, da ist auch so die eine Quelle von dem See, aber ich bekam keinen richtigen Biss, nur so ein paar kleine kurze Anstupser, weil wir sprangen auch so ein vereinzelt ein paar Fische, aber ich bekam erstmal noch keinen richtigen Biss. So Leute, also auf den anderen Spoon kam gar nichts. Ich werde jetzt mal einen neuen Spoon von mir ausprobieren, das ist auch ein Paladin, der ist in so einer L-Form gekrümmt, der fand ich ganz geil. Von der Farbe her kenne ich das, es ist Fire Tiger, nur von der Form her, da hatte ich den Köhner noch nicht und 3,7 Gramm, den kann man schön weit rausschmeißen, ist von der Firma Paladin. Läuft. Ja, der schlägt hinten so aus, teilweise ganz, ich werde mal einfach mit dem probieren, gucken was kommt. Mit dem anderen hatte ich es also ganz kurze Anstupser gehabt, aber noch keinen richtigen Biss. Von daher, wir springen hier so ein paar kleine Fischchen, aber ich weiß nicht, ob das Barsche oder was sind, von daher, ich angle erstmal einfach. Jetzt wollte ich einmal meinen neuen Köhler ausprobieren, weil der hat ja auch einmal dieses Barsch-Dekor und ich habe ja fast so einen ähnlichen Spoon, habe ich schon im gleichen Muster, nur der hier hat mir halt von der Krümmung gefallen, 3,7 Gramm ist so ein bisschen goldenen und ich hatte ja auch in genau die gleiche Richtung geworfen wie mit dem anderen und hatte auch genauso erstmal ganz normal reingeworfen, gekurbelt, dann mal so 10, 15, 20 Sekunden absinken lassen, aber bekam auch, ich bekam mal ein, zwei wirklich so einen schönen Anstupser, aber noch keinen richtigen Biss, wo der Fischreich richtig reingeknallt ist und ja, wollte gleich erstmal den Köder wieder wechseln. So, auf den neuen Köder, da kam auch nichts, deswegen werde ich jetzt einmal auf den hier wechseln und ja, besser gesagt, da kam kein richtiger Biss, aber richtige Antuckerkar habe ich bekommen, so zwei, drei Mal, da hatte ich 10 Sekunden lang absinken lassen und ja, aber ich sehe, vereinst sind Fische, so ein paar springen rum, aber viel Aktivität ist noch nicht da und ich habe noch nicht gesehen, ob die anderen fangen, das ist ganz geil auf dem Boot, da kann man halt so wirklich einmal komplett Rundumblick haben und ja, ich werde aber ungefähr, also eine Viertelstunde angehe ich jetzt höchstens und ja, ich werde nochmal, da sind nochmal die anderen beiden Bojen, werde ich auch nochmal auf jeden Fall abklappern, aber die hier, habe ich letztes Mal gesehen, da haben die echt am meisten gefangen, bei der ersten und dann richtige Bäume geschmissen. Ich werde erstmal den Köder auch ins Wasser halten. Jetzt wollte ich auf einmal auf den anderen anderen Paladinangler wechseln, äh Spuren wechseln und ihr seht ja einmal, was für ein Akt das so ein bisschen ist, im Boot zu stehen, die Kamera einzuschalten und so ans Bootende sich so ein bisschen rauf rüber zu schlingeln. Ja, zum Anfang war ich noch so ein bisschen, musste man sich daran gewöhnen, wie man tritt, aber es wurde immer besser, aber der Spurenwechsel brachte auch erstmal keinen Fisch und, ähm, ja, ich hatte dann angefangen, so ein bisschen entgegen des Windes, so ein paar Fische springen zu sehen und dann hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass ich halt in eine falsche Richtung erstmal angehe. So, Leute, ähm, also mit dem Spuren kam gar nichts, ich habe jetzt fast 50 Minuten geworfen, 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 ich habe auch andere Köder noch ausprobiert. Ich habe jetzt einmal die Tramarella-Route aufgebaut, ähm, ich habe meine Zweier-Tramarella-Route, ich habe da jetzt eine 5-Gramm-Pose dran und, wie tief habe ich schon gestellt, so, ja, 70 Zentimeter bis ein Meter fast und habe dann einmal mein 70 Zentimeter Vorfach und, ähm, schwarzes Powerbait und grünes Powerbait Applejack und, äh, ja, das Vorfach, das ist das, was ich am See gebunden habe. Ich verlinke euch hier einmal das Video und, äh, von daher, ich will damit mal ein bisschen werfen. Es ist überhaupt noch, ich habe noch nirgendwo gesehen, dass einer Fisch gefangen hat oder was, oder, ne, da hat einer, glaube ich, jetzt eine am Ufer. Ähm, ja. Ja, doch, der hat eine. Und, ja, es kamen nur so ein paar, paar kurze Anfasser, Zupfer, aber, ja, ich angere es mal weiter. Ja, der hat einen Fisch. Ich habe es jetzt mal in der Tramarella-Route auch erst mal noch so ein bisschen mit dem Wind probiert, also das heißt, auf die Kante hinzu, wo der Wind drauf gedrückt hatte, hatte aber, wie ich ja schon vorher gesagt, das Gefühl, dass der Fisch, äh, auf einer gegengesetzten Richtung stand, machte erst mal noch ein paar Würfe, aber dann wechselte ich so ein bisschen auch die Richtung, äh, wo, wo ich hingeworfen habe. So, Leute, ich habe den ersten Biss. Ich glaube, man kann es nicht sehen. Ah, doch, 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 der Fisch spielt noch rum. Ja, jetzt zieht er ab. Weg, weg, schade. So, war ein ganz, ganz zaghafter Biss, also, ich habe das wirklich nur ganz kurz in der Route gemerkt. Ich hatte jetzt mittlerweile auf schwarz-orange gewechselt, ja, da springen ein, zwei Fische, und, äh, ja, dann kam der Biss. Ja, ich habe auch so wieder ein bisschen zur Seite angeschlagen, anstatt nach oben anzuschlagen, aber, äh, ja, ist halt so. Ich mache das neue jetzt rauf und dann weiter geht's. Ich feue er wieder da hinten hin, da wo die ein, zwei Fische jetzt eben gesprungen sind, wo ich den Biss hatte, äh, ja. Aber es macht Spaß vom Boot. Das ist wirklich geile Anglerei, kann ich euch nur empfehlen. So, Köder ist drauf, ab geht die Fahrt. Schon wieder Biss gehabt, aber so wieder raus aus dem Maul. Richtig schön rein in die Route, aber bin ich hängen geblieben. Ich weiß nicht, warum. Also, ah, Mensch, ich bin, ich freue mich weiter. Ja, zwei Bisse kurz enteinander gehabt und jetzt wieder gar nichts, null, niente. Ja, ja, der erste Biss, äh, der, das ist, den kann man mal verschlagen, aber der zweite Biss, ey, wirklich, der hat richtig Schnur von der Schnur gezogen, gezogen. Ich hatte mich jetzt erst mal ein bisschen draufkochen und konzentriert, den Fisch zu fangen. Und, ähm, ja, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe Bisse gehabt. Wir werden mal gleich wieder erst mal auf die Spoon-Route gehen. Ich mache noch ein, zwei Würfel und danach werde ich noch den Spoon wieder wechseln. So, ich probiere es mal mit einem Spoon. Ich werde es erst mal mit dem hier probieren. So, Leute, ich habe einen Fisch auf Spoon. Boah, der ist da voll, oh, ich glaube, es ist kein kleiner, also der ist voll eingestiegen. Volle Pulle rein. Ich muss mal eben die Kamera... So, ich weiß nicht, wie viel ihr seht. Boah, der Fisch ist voll eingestiegen. Zieht gerade seine Bahn an der Oberfläche. Ich habe jetzt wieder auf den Kupfernen-Spoon gewechselt. Ja, und wieder auf den Kupfernen-Spoon gewechselt, ein paar Wurf gemacht, so 10, 15 Sekunden absinken lassen und brachialer Einschlag richtig schnurvoller Rolle gezogen. Ja, man musste erst mal so ein bisschen wieder richtig die Kamera aufstellen, aber war echt super. Hat richtig power, der Fisch. So, ich muss euch mal ein bisschen schwenken, der Fisch zieht da mal so ein bisschen drüber. Für mich war das auch soweit, seit Längerem der erste Fisch so ein bisschen vom Boot zu drillen. Das ist ein bisschen was anderes, weil das Boot dreht sich so ein bisschen mit und man muss ganz wichtig auf dem Winkel aufpassen, wie man die Route hält. So, Leute, es hat geklappt. Ein kleiner Lachs, der war so, boah, vor einem Kilo hat er ja. Also, richtig volle Pulle eingestiegen und voll drauf gezimmert und habe ich Schnur genommen. Das macht richtig Spaß, die Fische. Also, man sieht das ja. Klasse Fische, schöne Flossen, geile Farbe und dann auch noch auf dem Spoon. So, endlich. So, zwei, dreimal jetzt angeln gewesen, kein Fisch dabei. So eine kleine Erleichterung ist das. Ja, ich zeige euch gleich mal den Köder. So, und da ist der Köder. Der Paladin in dem Kupfer. Das Ding ist geil. Ich habe es euch gesagt, letztes Mal in Busso habe ich ja auch ganz gut damit gefangen. Ja, und heute hat es auch wieder geknallt auf den. Ich habe erst mal relativ weit oben gefischt. Das heißt, ich habe erst mal den Spoon ganz normal reingekurbelt. Aber jetzt, wo ich die zwei Bisse hatte, wo ich so auf 1,20, 1,50 gestellt hatte, habe ich jetzt auch beim Spoon, habe ich jetzt, bei dem Fisch hatte ich jetzt 15 Sekunden lang absinken lassen und dann habe ich erst angefangen zu kurbeln. Und ja, hat den Fisch gebracht, auch für Spoon-Wute sogar. Ich bin heiß, also ich bin echt zufrieden. Der Fisch hat richtig geil Spaß gemacht, richtig geiler Fisch. Und ja, ich fische jetzt weiter. So, also auf dem Spoon kam jetzt, ja, erst mal kein richtiger Biss oder so, aber richtige Antucker. Aber ja, ich werde mir jetzt mal die Farbe mal wechseln. Und werde mal auf den Fire Tiger gehen. Mit dem hier. Mit dem habe ich ja auch in Busso ganz gut gefangen und der ist ja für die klaren Gewässer, ist der ja sehr gut, weil das ja dieses Barsch-Dekor imitiert, also die Farbe von, oder besser gesagt, vom Barschen. Und die Fische, die stellen sich ja auch immer wieder ein drauf, was im Gewässer drin ist. Und hier sind halt auch viele, relativ viele Barsch-Wärme. Und von daher will ich den jetzt erst mal probieren. Ah, ich hatte gerade wieder einen Biss gehabt. Ähm, ja. Ich habe jetzt mal so fünf Sekunden lang hier die ganze Zeit rumgespielt und dann einmal rein, aber nicht richtig zugepackt. Ich angele erst mal weiter. Ich habe so ein bisschen jetzt raus. Mit dem Spoon läuft das. Schon wieder eine verloren. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die packen nicht richtig drauf, die hacken nur mal drauf und dann schon wieder eben eine kurz gehabt. Aber irgendwie mit dem Spoon, da wollen sie nicht richtig drauf zupacken. Also, ähm, das klappt nicht ganz. Aber ich angele erst mal weiter. Ich habe Bisse. Ich werde gleich nochmal auf die Tramarella-Route umsteigen, weil mit der will ich auch noch einen Fisch fangen. So, Leute. Ich wechsle mal wieder auf die Tramarella-Route. Hier seht ihr einmal die Tiefe. So, ja, 1,20, 1,50. Und ich habe jetzt grün, orange, schwarz ist das. Ich werde damit mal fischen, weil mit Spoon kam gar nichts mehr. Ich habe jetzt noch ein, zwei Spoons ausprobiert, aber keine Chance. Von daher will ich mit Tramarella-Route angeln. Und ich habe heute gemerkt, ich kriege Bisse nicht in die Richtung, wo der Wind hingeht, sondern entgegen das Wind. Das heißt, direkt auch in die Sonne rein. Aber, ja, da habe ich ja auch meinen Fisch gekriegt und da kamen auch die Bisse alle her. Oder halt so ein bisschen zum Hälter hinwerfen. Da habe ich gemerkt, heute kam Bisse oder Aktion, so Anfasser. Ja, und da habe ich ja auch meinen Fisch gefangen. So, die Rude muss rein. So, also ich habe jetzt einmal das Powerway wieder gewechselt. Ich habe jetzt mal schwarz und orange drauf gemacht, weil das mit dem Grün, das war mir ein bisschen zu hell. Ich habe jetzt so gemacht, dass außen schwarz ist und in der Mitte orange. Das ist einfach, weil die Sonne kommt jetzt immer mehr raus und das Wasser ist halt relativ klar und die Fische sehen halt viel und von daher, die sind sowieso nicht ganz aggressiv darauf gegangen, außer die eine. Ansonsten haben die ja relativ, ich habe ja zwei Bisse verhauen und dann habe ich jetzt zwei Fische mit relativ grellen Ködern ausgeschlitzt und ja, ich fische erst mal ganz normal weiter. Ich werde, glaube ich, gleich erst mal die Pose ein bisschen tiefer stellen, einfach, weil die Sonne mehr rausgekommen ist. Man sieht fast gar nichts mehr an der Oberfläche irgendwie Fisch springen oder so. Von daher, ich werde gleich das erst mal so ein bisschen machen und versuchen, ob ich mal auf der Tremarella-Rute einen Fisch kriege. So, ich habe einen Biss. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Der Fisch spielt rum. Ja. Fisch spielt rum. Ja, ist noch da. Ja, Fisch hängt. Fisch hängt. Fisch hängt. Fisch hängt. Und da ist der Haken schon ab. So, Leute. Ja, Tremarella-Rute hat jetzt auch geklappt. Eine etwas kleinere, aber egal. Fisch ist Fisch. Von daher, das läuft. Ja, der Wechsel auf schwarz-orange hat sich gleich bezahlt gemacht. Zwei, drei Wurf und dann hing der Fisch. Aber ich hatte gesehen, der Fisch hing auch echt relativ weit vorne. Und da habe ich noch mal die Kombination schwarz mit orange. Ich verlinke euch einmal hier das Video, wie ich das Powerbait forme. Und ja, gerade das in dem Fall hatte ich schwarz wieder außen, weil ich merke, die Sonne kommt immer mehr raus. Die steht einfach am Himmel. Das ist, das Wasser ist halt sichtig. Und ich hatte gesehen, der Fisch, wartet. So. Und ich hatte nur gesehen, die Pose, die kam relativ weit vorne, die kam mir einmal so entgegen. Manche haben halt gesagt, die achten nur auf die Rutenspitze oder achten nur auf das Gefühl. Ich achte wirklich auf die Pose, weil die Pose ist ja auch mein Bissanzeiger. Und von daher, ich will halt sehen, was der, weil der Fisch spielt ja mit der Pose rum. Und das hatte ich halt gesehen. Und ja, ich glaube, die auf dem Boot nebenan ist jetzt auch ein Boot da. Und ich glaube, die haben auch schon Fisch gefangen mit dem zweiten. Ja, auf jeden Fall, tief ist soweit in Ordnung. Das Ganze geht jetzt einmal rein. Und ja, wir versuchen noch weiter Fisch zu fangen. So, und ich achte auch, ich werfe halt rein und lasse ich dann das Blei komplett absinken. und danach fange ich erst so nach ein paar Sekunden an zu kurbeln, weil ich habe ja, beim Spoon, habe ich ja auch so 10, 15 Sekunden absinken lassen. Und ja, ich werde mal, ich habe wirklich noch das Gefühl, geil ist, ihr seht gerade, wenn der Wind so ein bisschen hin und her weht, das dreht das Boot, weil ich habe mich ja vorne an so einer Boje festgemacht und das Boot weh durch die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Das ist ganz cool. Ja. Und ja, langsam kommt immer mehr ein bisschen Wind auf und von daher, ich werde gleich aber erst mal ein bisschen tiefer stellen, weil ich habe doch das Gefühl, der Fisch, weil der war echt relativ kalt, der Fisch und dass der etwas weiter unten steht. So, ich habe wieder einen Biss. Oh. 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 Fisch hängt. Und kurz nachdem ich den ersten Fisch auf Powerbait gefangen habe, ein paar Würfe später, wirklich schon der zweite, nächste, kurze Anfasser und Biss und ich merkte gleich wieder ein etwas besserer Fisch. Also man merkt sofort, wenn man einen etwas besseren Fisch hat, die knallen sich gleich voll rein und macht riesig Spaß. Also richtig kaltes Angeln vom Boot. Oh. So, ich drehe mich mal ein bisschen rum. Die Fische geben hier richtig Gas. Ich drehe mich mal ein bisschen rum. Ich drehe mich mal ein bisschen rum. So, und die Nummer drei ist wieder im Sack. das läuft. Ihr guckt euch ja diesen Torpedo an, auch wieder voll reingelegt. Also man merkt richtig, in den großen Gewässern haben die Fische Power ohne Ende. Aber ich habe gemerkt, der Fisch war wieder vorne gehakt. Der Haken hing wieder vorne. Also die Manschen mit dem Powerbait ich wirklich teils nur rum und schlucken das nicht mal richtig. Aber, ja, deswegen habe ich denke ich mal die anderen Bisse da verhauen, dass sie wirklich nur das Powerbait im Mund behalten und dann nicht mal drauf beißen. Ich werde glaube ich aber gleich erst mal wieder auf den Spoon wechseln, weil ich will mit dem Spoon noch ein, zwei Fische fangen. So, ich werde jetzt mal auf das Spoonrude wieder wechseln und ich mache wieder den hier rauf. Es ist einfach so, in klaren Gewässer funktioniert der, weil der relativ unscheinbar ist. Also hätte ich den komplett in schwarz oder sowas, dann hätte ich den heute auch gefischt. Ich habe halt gemerkt, einfach jetzt durch die Sonne, durch das klare Wasser, die Fische wollen Köder haben, der etwas unauffälliger ist, also dunkler und vielleicht ab und zu mal so ein Blitzen hervorkommt und von daher werde ich den jetzt erst mal fischen und ich lasse das Ganze auch wieder so 10 oder mal 15 Sekunden absinken und dann wird das, denke ich, mal klappen. So, los geht's. Nachdem ich jetzt zwei Fische auf der Tramarella-Route gefangen hatte, also mit Powerbait, wollte ich es jetzt noch mal mit dem Spoon probieren, weil ja, das mit dem Spoonangeln, das macht so ein bisschen süchtig, weil die Fische ja voll reinknallen und die haken sich ja selber und ich wollte einfach noch mal so ein bisschen noch mehr sicherer einfach mit dem Spoonangeln werden, aber irgendwie war teils auch der Spoon heute ein bisschen zu schnell und ich würde gleich erst mal versuchen, anderen Spoon zu fischen. Ja, also auf den ist nichts mehr gekommen. Ich werde jetzt noch mal auf den hier wechseln, weil ja, da hatte ich ja zwei zwei Aussteiger sozusagen und ja, ich werde aber jetzt damit erst mal ein paar Wurf machen und wenn dann nichts kommt, werde ich wieder auf Tramarella-Route gehen mit Powerbait, weil ich habe einfach das Gefühl, je weiter die Sonne hochkommt, desto ruhiger werden in die Fische und Leute, total geil, ich habe gerade hier vorne einen Fisch gesehen, direkt vor der Routenspitze, aber der Spoon, der war aber etwas weiter hinten, der war hier am rumzischen und sonstiges, also war kein kleiner Fisch, ja, Fisch ist dann wieder da, aber ich glaube, die sind etwas flacher gegangen, die sind nicht mehr so tief, weil der war echt relativ weit oben, ja, ich probiere mal jetzt mal ein paar Würfe weiter oben nicht mehr absinken zu lassen, sondern direkt einzukurbeln, mal gucken, vielleicht kommt was, aber war total geil, den Fisch da zu sehen, der wieder in das Herz flitscht, das ist, das ist ja auch gerade das Schöne am Angeln, das ist ja nicht nur, dass wir Fische fangen, sondern die Natur zu erleben, wie der Fisch in einem Lebensraum drin ist und das macht das Ganze ja so ein bisschen alles spannend. So, ja, im Spoon kam gar nichts mehr, nur so ein, zwei, so einen kleinen, kurzen Anticker, ja, aber nachdem der Fisch sich hier vorne gezeigt hatte, probiere ich doch mal lieber jetzt nochmal mit der Tramarella-Route, weil das hat ja ganz gut geklappt und ja, ich habe echt das Gefühl, weil man hat es ja gesehen bei den Fischen, die ich gefangen habe auf der Tramarella-Route, die hatten den Köder weit vorne, und ja, die haben den nicht geschluckt, sondern eher ein bisschen mit rumgespielt und von daher will ich, mache ich wieder meinen Teigdreher drauf und ab geht die ganze Luzi. So Leute, da hat gerade ein Fisch meine Pose attackiert, ähm, ich habe jetzt mal eben schneller gezogen, ich habe jetzt eine Kleinigkeit gegessen, ein, zwei Fische springen jetzt wieder hier, äh, auf weißen Pose sind sie gekommen. Ich werde mal gleich einen weißen Spoon, glaube ich, wegnehmen und da mal reinfeuern. Oder mal ein Stück flacher streuen. Fisch ist hier, die springen hier, wie die blöden. So Leute, also seit, wo ich jetzt die Attacke auf, äh, Pose hatte, also da richtig auf die Pose raufgeschossen, mache ich jetzt mal künstliche, weiße Bienenmade rauf und einen Mehlwurm. vielleicht bringt das nochmal so ein bisschen Fisch. Ich lasse das erstmal mit dem flachen, also wirklich, die Fische sind da gesprungen und, äh, ja, ich hatte ja auch den Fisch ja heute hier oben gesehen und, äh, von daher wird das Ganze jetzt also mal so als gespannt fischen und mal so ein bisschen durchzupfen. Vielleicht bringt das ja nochmal einen Fisch. So Leute, ähm, ja, ich werde gleich mal eben die Tremarella-Route einpacken, weil ich habe mir jetzt einen Durchlaufblinker in schwarz-weiß montiert. Ähm, ich will mal damit probieren. Ich habe jetzt irgendwie Bock darauf und, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie schwer der ist, drei Gramm oder sowas. Ich habe da jetzt, ich will da mal probieren, damit mal Fisch zu fangen. Weil Fisch bringt sich mittlerweile auch wieder ganz gut hier rum. Also ich glaube, der Fisch ist da, nur auf schwarz oder ob es Powerback wollen sie nicht. Ähm, wie ein Arten wollen sie auch nicht. Von daher, irgendwas muss ich, äh, ausprobieren, sowas ändern. Von daher, mache ich erstmal jetzt den Durchlauf-Munker dran. So, ab geht's. Jetzt wollte ich mal probieren, ob die Fische vielleicht auf den Durchlauf- Blinker nochmal beißen und ich hatte ja eine Seite weiß montiert und die andere Seite schwarz. Also der ist so, äh, weil einfach, die ja meine Pose attackiert hatten und die weiße Farbe, das ist halt, das war ein Zeichen für mich, da gehen sie noch so ein bisschen rauf, aber ich kann weder Nachläufer oder Biss oder einen Zupfer überhaupt nichts mit dem, also der Durchlauf-Blinker war heute überhaupt kein. So, Leute, ich werde jetzt mal auf dem weiß-orangenen mit so einem schwarzen Punkt. Liebe Grüße an den Stefan, danke nochmal dafür. Ähm, ja, ich werde mal damit probieren, das ist ein 2,8 Gramm, das ist ja diese, dieses Dorner-Replikat und, äh, ja, wenn ihr Interesse habt, schreibt den Stefan an. Ähm, ja, ich werde erstmal damit fischen und werde mal probieren, ob ich da vielleicht einen Fisch kriege. Weil mit dem anderen, äh, mit dem Durchlauf-Blinker kam überhaupt nichts. Null. Ähm, ich glaube eher auch, dass das Spoon jetzt einfach zu schnell ist, dass die Fische Träger geworden sind durch, durch das Licht und dass die da halt, äh, wirklich, ähm, immer mehr drauf gucken, worauf sie zu packen. Ich will mal gucken, weil die haben ja meine Pose, meine weiße Pose attackiert, deswegen kommt der einmal drauf. So, Leute, ich habe noch Licht. wieder auf den Kopfhörnern gewechselt. Echt mal lang gedauert. Dann so ein bisschen, ja, gegen den Wind nach rechts geworfen. Wieder auf den Kopfhörnern gewechselt. Diesmal nicht absinken lassen, einfach kannst du mal gekurbelt und dann kam ein guter Einschlag und der nächste Fisch war dran. So, und hat geklappt nochmal mit dem Fisch. Ja, hat jetzt echt lange Zeit sich nichts getan und, äh, wir haben es jetzt, ja, kurz nach zwölf und die Nachbarn hatten jetzt zwei auf Stand gefangen, kurz hintereinander und dann, ich dachte mal, komm, wirst du mal in die Richtung rein. Ja, und dann, äh, kam noch, hatte ich vorher noch mit dem anderen, mit dem weiß, ähm, weiß-orangenen, hatte ich ja noch einen Biss gehabt, so kurzen. Und, ja, jetzt mit dem auf einmal einen Einschlag und Fisch war dran. Also läuft, super. Bin total zufrieden, also echt Bombe. Macht richtig Spaß. Und da ist das gute Stück, der in 3,6 Gramm funktioniert ohne Ende. Richtig Bombe. Also, der läuft wieder. das ist einfach durch das klare Wetter momentan an den großen, klaren Seen läuft das Ding ohne Ende. Also, läuft Bombe. Ich kann euch nur den Tipp geben, holt euch den. Ich verlinke euch den natürlich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reingucken. So, und Leute, ich hatte ja gesagt, ich hatte in der Attacke ja auch eine Pose und ihr habt ja gesehen, der Nachbar hatte halt relativ flach seine Fische gefangen und den Fisch habe ich jetzt gefangen, indem ich dem Spoon einfach nicht absinken lassen habe, sondern direkt reinschmeißen und kurbeln, weil es war durch die Sonne sind die Fische, weil hoch, ich denke mal hochgekommen und ja, habe ich jetzt nur ein bisschen, habe ich gesehen, die haben so auf 70, 80 Zentimeter haben die gefischt. Hab ich gedacht, komm, machst ein paar Würfe mal einfach nicht absinken lassen und zack, hat es Fisch gebracht. Der Wind hat es auch so ein bisschen gedreht, der geht nicht wieder, wie er vorhin war, gerade, sondern der kommt jetzt ein bisschen weiter von nach rechts und ja, aber ich muss immer noch, ich sage mal, gegen den Wind werfen, weil die Fische sind dieses Mal so ein bisschen auf der rechten Seite rübergedrückt. Der Nachbar, der da vorne links, steht nicht mit dem blauen, sondern der daneben, der hatte, der hatte, ich weiß nicht, ich habe gesehen, der hat drei oder vier Fische hat er gefangen, der hat bestimmt ein paar mehr gefangen. Aber es läuft. So Leute, also ich gehe jetzt wieder auf die Tremarella-Route, ich mache jetzt einmal schwarz-lila, schwarz-plum drauf und ich glaube, ich lasse mit der Pose erstmal so die Tiefe, ich probiere es damit mal aus und wenn das nicht klappen sollte, mache ich mal ein bisschen flacher, aber ich denke, das müsste auch so gehen, weil so weit, so tief läuft es ja auch nicht, aber ausprobieren. So Leute, ich hatte dann wieder auf die Tremarella-Pose gewechselt, ich hatte erst ein bisschen flacher, weil dann habe ich wieder so auf 1,50 gestellt und ich hatte das Powerbait gewechselt, weil die Sonne immer mehr rauskam und ich hatte dann auch schwarz und lila, also so dunkles lila Powerbait Plum ist das gewechselt und bekam so einen kurzen Anticker und ließ die Pose stehen und zog dann ab und der nächste Fisch war dran, sauber. So und es hat geklappt, der nächste Fisch, also ja, der Biss, der kam auch so ein kurzes Zack, und ich habe gesehen, die Pose kam raus, kam mir so entgegen und dann habe ich losgelassen, einfach stehen gelassen und in dem Moment hat sie es abgezogen und dann habe ich angeschlagen, aber die war wieder sehr weit vorne gehakt, wie die anderen auch alle zuvor und ich hatte schon überlegt, was zu wechseln. Ich hatte erst auch die Tiefe verstellt, ein bisschen flacher gestellt, aber dann war ich mir nicht ganz so sicher und dann habe ich lieber etwas tiefer wieder gestellt und immer noch einfach Powerbait Plum und schwarz und ich wollte schon so ein bisschen auf Orange gleich wechseln, aber der Biss kam und auch wieder in den Gegenden des Windes geworfen und dann kam der Fisch, also die legen sich hier richtig auch super rein, das macht richtig Spaß. So und hier habt ihr einmal die Tiefe ungefähr und ich habe jetzt aber wieder grün drauf gemacht, ich probiere jetzt mal schwarz-grün, weil das kam jetzt echt lange Zeit gar nichts und weil mit Orange hatte ich ja heute die besten Erfolge, also die meisten Biss und alles und jetzt will ich mal versuchen, ob ich grün die eine Seite, das ist jetzt Applejack, Apfel und vielleicht kriege ich ja damit mal so ein paar mehr Fische raus. Mal gucken, also es läuft, ich habe jetzt fünf Fische, also das ist alles super. Auf der Spoonroute natürlich die zwei Aussteiger, das ist egal, das passiert, aber was mich noch immer noch stört, ist dieser eine Biss, den ich am Anfang verkloppt habe, der richtig Schnur weggezogen hat, also richtig schnell und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, aber meckern auf hohem Niveau ist das. Deswegen ich fische erst mal weiter, ich probiere es einfach, vielleicht kommt bestimmt noch was. Ich habe aber gemerkt, also beim Schleppen muss ich wirklich teilweise echt ganz, ganz langsam und ich mache das jetzt meistens im Sitzen, weil das ist einfach so, durch die Sonne sind die Fische, ja, die sehen halt alles im Wasser und die haben ja, ich sage mal so, die verlieren da so ein bisschen die Aktion, die haben da noch ein bisschen Scheu vor und die wollen da nicht sofort draufbeißen und deswegen muss man da eigentlich relativ langsam schleppen. Ich habe schon überlegt, wenn zum Beispiel gerade bei so klaren Gewässern, dann wechsle ich immer gerne auf schwarz-blau, wenn die Sonne so knallt. Das funktioniert nämlich immer noch ganz gut und von daher hatte ich erst überlegt, soll ich auf schwarz-blau wechseln, aber, ja, was ist das? Achso, man merkt hier auch richtig durch den Wind, hier ist richtig Strömung rein, wenn ich die losstehen lasse, die Pose, die wirklich innerhalb von ein, zwei Sekunden, treibt die sofort weg. So, ich mache mal wieder einen kleinen Wechsel auf Spoon, wenn ich schon auf dem Boot bin, dann kann ich mich ein bisschen mehr mit dem Spoon angeln, aber, ja, also es macht halt auch ein bisschen mehr Spaß, wenn die da voll reinruppen in den Spoon, das ist ein bisschen was anderes, als wenn man da so die zaghaften Bisse kriegt auf Powerbade, also das hat halt seinen Reiz, dieses Angeln. So, Leute, also auf dem Spoon kam gar nichts, nicht mal ein richtiger Anfasserbiss oder so, ich werde gleich mal so ein bisschen auf der Tremarella wieder wechseln und einfach mal so ein bisschen stehen lassen, treiben lassen, weil ich ein, zwei Sachen noch machen muss und von daher mache ich ein bisschen gemütlich, ich habe jetzt noch eineinhalb Stunden, ja, das, ich werde aber gleich erstmal das Wichtigste und der nächste Bisse auf Powerbade, so ein kleines kurzen Anticker stehen lassen, die spielen damit recht groß, der Fisch ist vor der Nase, ich werfe mal schnell den Powerbade an, und der nächste Fisch war dran, wenn ihr das alle seht, da ist der Teigdreher, die haben mittlerweile, glaube ich, auch in dem Powerbade, ich habe jetzt nur eine neue schwarze Dose nur geholt, rein normal, kein Knoblauch, da haben die das Glitter, glaube ich, geändert, das ist nicht mehr so, das ist so große Glitzerpartikel, sondern das sind so kleine, ganz feine, und, ähm, ja, mal gucken, wie voll ich nachher mit Glitzer bin, aber bei dem habe ich das gemerkt, da ist nicht so viel, so große Glitzerpartikel, so Leute, ich habe mit, seht ihr die Pose da vorne, die zischt da recht ab, Fisch ist dran, Fisch ist dran, Fisch ist dran, Fisch ist dran, so, so, und die nächste kleine Süße, die hat er jetzt aber echt tief geschluckt gehabt, also die hat sich das Ding richtig weit reingehauen, also, äh, ja, ich finde die total geil, also die haben wirklich eine schöne Farbe hier, und, äh, man sieht auch die Flossen, die sind alle schön, äh, gezeichnet hier, also komplett ausgebildet, äh, machen richtig Spaß, die Fische hier, gerade auch vom Schuppenkleid her, finde ich die Bombe, und da ist der Köder, äh, ich glaube schwarz-lila ist die richtige Wahl gerade, weil, mein Rest, der schwimmt da so ein bisschen an der Seite, und da haben sich da zwei, drei Forellen, haben sich da gerade richtig drauf gestürzt, und dann hat sich da eine das weggeholt, also, ähm, ja, also ich habe mit den fruchtigen Aromen, habe ich mit schwarz-lila, habe ich echt am meisten gefangen, da hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert, aber damit habe ich wirklich jetzt die besten Erfolge mitgefahren, äh, manche fangen mit, äh, Applejack, also, ich glaube ja auch, auf Orange habe ich gefangen, auf Applejack habe ich gefangen hier, ähm, ja, ich habe vorhin allen, also von den fruchtigen Sorten, Banane habe ich leider noch nicht gehabt, aber das soll auch funktionieren, und, äh, ja, bald kommt sowieso wieder die kältere Jahreszeit, dann kann man wieder Knoblauch benutzen, also, ähm, es gibt ja mittlerweile auch Anis, habe ich noch nicht, aber, ähm, werde mir vielleicht mal ein Glas davon holen, oder so, ähm, aber, ich will es einfach mal testen, wie das ist, weil, äh, es ist Powerbait, es funktioniert, und, äh, von daher, ja, ich fische erst mal weiter, ich habe, wie gesagt, ja noch, ach komm, ähm, dreiviertel Stunde oder sowas, das ist noch, und, ja, vielleicht gehen noch mal ein, zwei Fische abwarten, also, ich habe jetzt wirklich nach den ganzen Durststrecken, äh, die ich jetzt gehabt hatte, da will ich mir auch mal so ein bisschen, jetzt auch mal den Zack, mal so ein bisschen zu machen, da, äh, willst du mal auch eigentlich, endlich mal wieder ein bisschen Fisch fangen, und, äh, von daher, das tut manchmal einfach einfach nur gut, wenn man mehrmals los war, und nichts gefangen hat, und dann geht mal einmal los, und dann klappt das wieder super, also, dann macht es echt Spaß wieder. Mensch, ich hatte gerade noch eine kurz auf den Spoon drauf, ich habe nicht mal richtig konzentriert mehr gefischt, aber, wieder auf den hier, ja, Mensch, die Dritte, ach, ich fische noch ein bisschen weiter, ich hatte aber jetzt wieder nach rechts geworfen, und da kam der, äh, kam der Biss. So, Leute, also, ähm, kam gar nichts mehr, ich, hab noch eine Viertelstunde, ja, nee, aber ich habe gemerkt, halt zum Nachmittag, je länger die Sonne draußen ist, desto, ja, äh, desto, ähm, ja, mehr haben die Fische, die Akten so ein bisschen verloren, zu den aktiven Ködern, die Wolken sind viel hinterher geschwommen, und dann, die meisten Bisse auf der Pose waren ja keine richtigen Raketen Bisse, oder, oh, ich hab Bissen, ich hab Bissen. Beschränkt. Seht ihr, wie lange ich stehen gelassen habe? Okay, let's go. und da ist die süße kleine raus. manchmal muss man einfach nur ein bisschen quatschen und durch die Gegend gucken, und, ja, ich hatte doch gedacht, dass ich da irgendwas ein Bisse, ich hab irgendwas gespürt, da war nicht richtig was, und dann stand die Pose hier die ganze Zeit, und dann auf einmal ging sie weg. Ja, läuft. die ganze Zeit hänge ich nicht in der Boje fest, da vorne, dachte ich, will ich noch mal ein paar Minuten angeln, ich glaube, ich mach jetzt lieber Feierabend. Mit dem Fisch einzeln aufzuhören, ist das immer noch das Beste. So, ich muss jetzt mal langsam rüber rudern. So, äh, ja, bin wieder am Auto, bin durch. Äh, ja, wenn man am Ufer ist, ist es echt relativ warm, draußen auf dem Wasser ist, äh, schön immer die ganze Zeit kühle Brise. Ich bin echt zufrieden, also das mit dem Boot, äh, hat sich echt gelohnt. Äh, ich hab sieben Fische gefangen, ähm, zwei auch auf dem Spoon, und natürlich auch den größten Fischhöhnen auf dem Spoon gekriegt, und, äh, ja, äh, drei Ausschlitze hatte ich halt auf dem Spoon, passiert, das ist halt so beim Spoon da, wenn sie nicht richtig genug abzischen, dann, äh, ja, wenn sie noch nicht richtig abzischen, dann, äh, schlitzen sie halt aus, und, äh, ja, ist halt so, aber, heute war wirklich, ähm, und Powerbait, das, äh, naher, hier hat man gemerkt, je mehr die Sonne rauskam, desto mehr musste man Lamsang fischen, mit Powerbait wurde besser. Am Anfang hatte ich ja mit schwarz-orange, also orange-pirsich, und schwarz-neutral, und dann nachher, je mehr die Sonne rauskam, bin ich ja auf, äh, schwarz-lila, also plump, äh, Pflaume, gewechselt, und das war wirklich top, also da hab ich gesehen, da haben sie sich den an der Oberfläche, haben sie das ja attackiert, und dann, äh, weggeholt, also, äh, schwarz-pflaume, das ist wirklich geile Kombi, gerade an großen, klaren Seen, und, äh, ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut die doch einfach unten in die Kommentare rein, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentiert, oder ein Like da lassen, und wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020